Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Schäppi und ich hab die letzten Tage über neue Video-Ideen nachgedacht. Black Ops 3 ist leider, was viele Themen angeht, einfach ausgelutscht. Es gibt kein Road to irgendwas mehr, haben Tausende vor mir schon durch, das Spiel ist einfach zu alt. Und dann kam es auf so ein paar witzige Ideen, die ganze Woche wird richtig geiler Scheiß kommen, hoffentlich gefällt's euch. Und heute hab ich dann die Idee gehabt, ich mach was eigentlich witziges, hab aber nicht bedacht, dass ich das Opfer des Ganzen bin. Und zwar werde ich Gegner nicht ankacken dafür, dass sie mich wegcampen und killen und alles, sondern ich werd sie dafür loben. Ich darf nicht ragen und ich muss mich über jeden Tod von mir mehr oder weniger freuen. Ich hab wirklich gedacht, das wird einfach. Klasse, dass ich von allen gleichzeitig getötet werde, das ist gutes Teamplay von euch gewesen. Leute, die Runde hat schon so angefangen, als ich hier reingejoint bin, da weiß man schon, was da ja auf einen zukommt. Alpha ist abgesichert. Toll, dass ihr zu viert schon da steht und wartet. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Achtung, feindlicher Hater. Ja wunderbar, das ist schon ein Hater. Ein paar mal in die Fresse zu kriegen. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist und ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass ich das machen sollte, aber ich bereue es jetzt schon. Klar, ich weiß zwar nicht, warum ich da plötzlich stecken geblieben bin, aber anscheinend ist das dann so. Na, klasse, dass ihr zu zweit da oben steht. Ja, sehr gut, dass du die Gegner auch noch eingeguckt hast, dass er tot vor dir liegt. Schön, Team-Mate. Ich weiß, dass du mich kennst. Habe ich da mittlerweile auch verstanden. Na komm, na komm, er kommt nicht. Unser Team hat jetzt noch ein bisschen zu f... Klasse, Marlon. Schön, dass du in der Sekunde kommst. Und hunderter Prezi hast. Das ist wirklich auf dem Punkt wichtig gewesen. Na gut, ich schieße auf nichts. Official Aims. Ja, wunderbar, dass du in der Sekunde auch hinter mir bist. Sehr gut gemacht von dir. Oh, Christian. BRM, eine gute Wahl. Und sehr schön, dass du dich dabei nicht bewegt hast. Hätte sein können, dass du dich dann verzielst. Oh, Marsha. Der nächste, der sich... Oh, viel bewegt. Sehr schön. Ich finde es sehr, sehr clever, was du in dem kleinen, wunderschönen Häuschen liest. Klasse, Marsha. Sehr schön, dass du dich da immer noch nicht bewegst. Du hast dir ein wunderschönes Haus ausgesucht mit sehr, sehr vielen Wänden drin. Sehr schön. Na komm. Na komm. Ich hab' auf dich gewartet. Kleiner Freund. Oh, Marlon. Willkommen zurück. Oh, du hast jetzt das nächste Haus ausgesucht. Oh, Leute. Das macht mich fertig, ey. Ernsthaft. Oh, Yoshio. Hast du jetzt mit Marlon die Plätze getauscht? Oh, ich bin begeistert. Man stirbt auf derselben Map immer und immer wieder an derselben Stelle. Das ist hohes, taktisches... Verständnis. Ich hab' grad rechts irgendeinem Hitmarker gegeben. Hey, ich spring von der Map. Ich bin tatsächlich der größte Vollidiot in der Lobby. 16 zu 10. Oh, schön, dass du mich noch ein bisschen gereinigt hast. Ich hab' mich drauf gefreut. Hey, ihr kommt wieder zu zweit. Ich denke, ihr seid Brüder, so wie ihr euch bewegt. Ein Anschritt, der andere ein Schritt. Bloß nicht zu schnell. Bloß nicht zu schnell. Clever, clever. Oh, oh. Hey, die Bretchy. Eine gute Wahl. Ah, nee, ich hab... Klar, Marlon. Sehr schön, dass du jetzt mit der Waffe mich gekillt hast. Ich freue mich darüber, dass du die Waffenwahl nochmal überdacht hast. Und dass die Manowar gefällt dir nicht mehr. Sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Hey, Yoshio. Klasse, dass du schon wieder da stehst. Du brauchst dich nicht so viel bewegen. Das, was du machst, ist ausreichend. Ah, Marlon wieder, mein guter Freund. Wunderbar, wunderbar. Schönes Movement da um die Ecke. Gut gemacht. Hab' mich von der Seite gesneakt. Hinter mir. Wow. Wessen Granaten sind das? 15 Mal, Leute. 15 Mal gestorben. Und das war gefühlt die schlimmste Runde meines Lebens. Ihr seid so hart davor, jedes Mal sagen zu wollen. Ah, ah, was machst du da? Oh. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Like da. Wenn nicht, dann nicht. Ich bin raus für heute. Haut rein.